Hi ihr Lieben, ab heute könnt ihr bei meinem Kanal eine Kanalmitgliedschaft abschließen. Dazu gibt es drei Stufen. Einmal für 8,99, für 4,99 oder für 9,99 im Monat. Dafür kriegt ihr aber auch einiges an Vorteilen. Zum Beispiel sehe ich euch besser im Chat, weil ihr Emojis benutzen könnt, schaut ab der ersten Stufe. Ihr kriegt aber auch so kleine Bildchen vor eurem Namen, die anzeigen, wie lange ihr schon Mitglied seid. Des Weiteren gibt es Vorteile, je nach Stufe, das könnt ihr euch alles durchlesen, wie zum Beispiel regelmäßige, mindestens einmal im Monat, aber vielleicht auch häufiger, Vlog-Videos, Hintergrundinformationen oder irgendwelche weiteren Dinge, die für euch interessant sein können. In der dritten Stufe bekommt ihr ebenfalls noch von mir ein In-Game-Item, nämlich eine signierte Redstone-Fackel-Quell der ewigen Energie, ein Kanalmitgliedschafts-Item. Lest euch die Vorteile ruhig in Ruhe durch und dann entscheidet selbst, ob ihr Kanalmitglied werden wollt oder nicht. Warum ist das Ganze wichtig für mich? Neben den Vorteilen, die ihr bekommt, ist es für mich natürlich entscheidend, dass ich meinen Kanal fortlaufend finanzieren kann. Das Ganze kostet mehr Geld, als ihr euch wahrscheinlich vorstellen könnt und es geht viel, viel, viel mehr Zeit rein, als man von Anfang an vermuten würde. Ich hätte auch nicht gedacht, wie viel Geld und wie viel Zeit ich investiere, um diesen Kanal weiter fortzubringen, aber so ist es nun mal. Damit erbringt ihr einen wertvollen Beitrag, um mich zu unterstützen, für euch weiter coolen Content zu kreieren. Trotzdem, die Kanalmitgliedschaft ist keine Pflicht und ich habe nicht die Erwartung an irgendeinen von euch, dass er das tut. Alles auf freiwilliger Basis, auf Ehrenbasis. Bis dann, euer Ruhe, haut rein!